ein moderner broker ist aus unserer hinsicht ein broker der mit dem kunden agiert und nicht gegen ihn und da war oder ist die branche eigentlich seit langem schon sehr intransparent und wir als jfd brokers just fair indirect haben von anfang an 100 prozent der orders weitergegeben und hierbei sind wir auch mit zwei konfirmen gerade was dann ab januar 2018 großes thema sein wird und insofern arbeiten wir schon von beginn an mit dem händler zusammen und wir sind auch hier bestrebt von anfang an eben von der aufgabe des trades über die ausführung bis zum abschluss alles offen zu legen und hier sind wir eben auch mit zwei konformen jfd hat selbst schon von anfang an den metatrader aufgerissen kann man sagen das heißt wir hatten schon von beginn an relativ viele oder viel mehr anlageprodukte in der angebotspalette und ein großes highlight ist jetzt mit dem metatrader 5 dass wir den zugang zum echten aktienhandel geschaffen haben das heißt wir haben ein großes anlageuniversum eine riesige diversifikation ist möglich und der kunde kann bei uns an der new york stock exchange oder am cebra handel eben hier aktienwerte kaufen handeln und auf dividendenjagd gehen was a great year for the firm we open two offices this year in prague as well as in shenzhen in china it's the first office in asia today we are launching the stock trading in mt5 it's a new asset class in our product offering we're quite proud that we can announce it today on the world of trading and that's also what we are trying to build further in two thousand eighteen the amount of asset classes and symbols which we can offer to our traders